Ist es derzeit besser, Silber anstatt Gold zu kaufen? Silber war genauso wie Gold schon vor Jahrhunderten ein gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel. Befinden wir uns in einer historischen Kaufchance beim Silber? Und wenn ja, warum? So viel schon mal vorab, sowohl Gold als auch Silber, haben über Jahrhunderte schon bewiesen, dass sie als Wertaufbewahrungs- und Wertsicherungsmittel extrem gut funktionieren. Und daher sind beide sehr gut zum Vermögensaufbau und zum Vermögensschutz geeignet. Hinzu kommt bei beiden noch, bei Gold genauso wie bei Silber, dass nach zwölf Monaten Haltefrist das absolut steuerfrei ist. Das ist gegenüber anderen vielen Kapitalanlagen nochmal ein extremer Vorteil. Außerdem hast du mit beiden einen mobilen Sachwert, wo du zumindest bei Gold mit relativ wenig Masse viele Werte speichern kannst. Aber kommen wir zurück zum Silber. Derzeit flüchten viele Anleger aus den vermeintlich sicheren Kapitalanlagen wie Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Sparbuch, Bausparvertrag etc. Es gibt bereits Videos dazu. Ich verlinke sie dir noch einmal. Viele haben erkannt, dass diese Anlagen absolut unrentabel sind, dass es Vermögensvernichtungsprodukte sind. Und deswegen gehen sehr viele dieser Anleger in Gold und in Silber hinein. Und ich bekomme immer mehr auch von diesen Anlegern dann die Frage, ist es nicht derzeit sinnvoller, in Silber anstatt in Gold zu investieren? Darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher Anliegen. Mein Name ist Karsten Koblitz und du wirst heute hier erfahren in diesem Video, ob es tatsächlich derzeit sinnvoller ist, in Silber zu investieren anstatt in Gold. Falls du gerade vor der Abwägung stehst, Gold in Gold zu investieren oder in Silber zu investieren, dann bleib unbedingt dran. Selbstverständlich kannst du auch jederzeit mit mir direkt in Kontakt treten. Die Kontaktdaten findest du hier unter diesem Video, damit du kurzfristig deine Fragen gern mit mir klären kannst. Und wenn du dein Geld krisensicher aufbauen und schützen möchtest und du dich für deine Finanzen interessierst, wenn du selber deine Finanzen in die Hand nehmen möchtest, dann schau dir auch unbedingt mein Webinar dazu an, welches ich aufgenommen habe. Auch darüber gibt es hier unten unter einer Verlinkung, wo ausführlich die Dinge nochmal mit erklärt werden. Als allererstes sei zu diesem Thema gesagt, die Frage in Silber zu investieren anstatt Gold ist meines Erachtens nach die falsche Herangehensweise. Beides, Silber sowohl als auch Gold und auch Technologiemetalle und andere Sachwerte, gehören heutzutage meiner Meinung nach in jedes Portfolio. Die Frage ist nur von der Aufteilung, wie viel zu investieren, wenn du mehr Gewinn machen möchtest, wenn du Rendite, Gewinn, Wertzuwächse oberhalb der Inflation haben möchtest, wenn du steuerfreie Produkte haben möchtest und wenn du dein Vermögen nachhaltig auch schützen möchtest und über Generationen vielleicht weitergeben möchtest. Zu welchen Anteilen diese Verteilung in deinem Portfolio ist, das ist sehr individuell. Ich bin da nicht so für Pauschalaussagen. Wir schauen uns dann nochmal mit an, welche Empfehlungen der einzelnen Zielgruppe mit auf den Weg geben möchte. Aber grundsätzlich ist es immer eine individuelle Geschichte. Jeder hat eine andere Ausgangsvoraussetzung, sei es vom Alter, sei es vom Einkommen, sei es von den Zielen und Wünschen. Deswegen so pauschalisierte Aussagen, 5% oder 10% von dem oder 20% von dem, da halte ich nicht viel davon. Auch dafür bin ich gern für dich da, um individuell mit dir gemeinsam rauszuarbeiten, was passt zu dir. Kommen wir nun zurück zur Frage. Allein vom Wertsteigerungspotenzial, welches Silber derzeit hat, durch das Gold-Silber-Ratio, wo ich gleich nochmal mit drauf eingehe, ist es sehr, sehr sinnvoll, auf jeden Fall auch in Silber zu investieren. Nicht anstatt, so sehe ich das nicht, sondern auch in Silber zu investieren. Und vielleicht sogar den Anteil deines Portfolios im Depot an Silber derzeit zu erhöhen, wenn du regelmäßige Einzahlung mit tätigst. Aber außer dem Wertsteigerungspotenzial gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, die du dir mit anhören solltest, die wir uns heute mit anschauen, wo du eine Entscheidung finden kannst, wie viel du wo mit investieren solltest oder kannst. Eins ist völlig richtig. Wenn ich als Grundlage für meine Entscheidung das Wertsteigerungspotenzial nehme und dazu das Gold-Silber-Ratio hinzuziehe, ist es auf jeden Fall eine historisch großartige Chance, derzeit in Silber zu investieren. Aber was ist das Gold-Silber-Ratio überhaupt? Das Ratio drückt das historische und das natürliche Verhältnis zwischen Gold und Silber aus. Das heißt, wie viel Silber bekomme ich für eine Unze Gold? Eine Unze, du weißt, 31,1 Gramm für eine Unze Gold, wie viel Unzen Silber bekomme ich dafür? Und in Vergangenheit, über die letzten Jahrhunderte, war dieser Mittelwert immer bei 1,15, 1,17. Es gab mal Ausnahmen zu Zeiten der Pharaonen. Da war dieses Verhältnis 1,3, also war Silber sehr, sehr wertvoll. Dann hast du für eine Unze Gold drei Unzen Silber bekommen. Im Durchschnitt der ganzen Jahrhunderte war es bei 1,15. Und wenn ich das natürliche Verhältnis anschaue, das heißt, wie viel Silber gibt es und wie viel Gold gibt es? Das sagt dieses Verhältnis aus. Es gibt also 17 Mal so viel Silber wie Gold. Deswegen ist 1 zu 17, 1 zu 17,5 dieses Durchschnittsverhältnis, was der normale Preis ist für eine Unze Gold, 17, 17,5 Unzen Silber. Und derzeit befinden wir uns auf einem Niveau, wo dieses Ratio bei 1 zu 81, 1 zu 82 ist, was natürlich extremes Wertsteigerungspotenzial voraussagt. Das ist ganz klar. Wir hatten auch in der Corona-Zeit schon mal noch höher. Wir waren bei 1 zu 120, 121, glaube ich, in der Spitze am 19.03. Wenn du das erwischt hast, dann das war schon, ich glaube, es war noch nie in der Geschichte in diesem hohen Verhältnis. Also wer dort eingestiegen ist, der hat natürlich außergewöhnliches Wertsteigerungspotenzial mitgenommen. Das ist ganz klar. Grundsätzlich für dich zur Orientierung. Die meisten Experten sind sich darüber einig, ab einem Ratio Gold-Silber-Ratio von 1 zu 60, also für eine Unze Gold, 60 Unzen Silber. Das ist so der Bereich, wo man empfiehlt, rein aus Wertsteigerungsgesichtspunkten heraus, auf jeden Fall noch mehr in Silber zu investieren. Und wenn dieses Ratio Verhältnis auf 1 zu 40 oder noch niedriger runtergehen sollte, dann sollte man seine Investition in Silber, ja, nicht mehr so viel, sondern dann vielleicht mehr in Gold oder in andere Investitionen mit tätigen. Das nur zur Orientierung. Ich weiß ja nicht, wann siehst du dieses Video, das Gold-Silber-Ratio, das kannst du jederzeit googeln. Das wirst du immer rausfinden. Das wird dir immer angezeigt. Wie ist das zu derjenigen Zeit? Und deswegen immer ganz grob, ab 1,60 machst du wertsteigerungsmäßig auf jeden Fall nichts falsch. Bist du auf der richtigen Linie, wenn man das so will. Also vom Gold-Silber-Ratio ausgesehen, sind die Gewinnchancen derzeit ungleich höher vom Silber gegenüber Gold. Aber wir haben ja gesagt, oder ich hatte vorhin gesagt, es gibt noch andere Faktoren, die du mit berücksichtigen solltest. Und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Der erste Fakt ist zum Beispiel das Thema Mehrwertsteuer. Bei Silber bezahlst du, bei Silberbahn bezahlst du eine Mehrwertsteuer in Höhe derzeit von 16%, ab 1. Januar, glaube ich, wieder 19%. Das hast du bei Gold nicht. Und an dieser Stelle bitte noch mit der Hinweis, weil das ist gerade aktuell in den Medien und auch diese Fragen kommen vermehrt auf mich zu, dass ja berichtet wird, Gold wird besteuert und wo viele schon Angst haben, noch Gold zu kaufen usw. Bei der Achtung, es geht dort nicht um physisches Gold. Wir reden hier in diesen Videos immer über physische Edelmetalle, über physische Technologiemetalle. Und weil das sind meines Erachtens nach die richtigen Sachwerte. Wenn du in Aktien, wenn du in Zertifikate investierst, sind das keine physischen Werte. Dann hast du entweder in Goldminen oder in Zertifikate eben Versprechen an Gold. Und das betrifft es derzeit steuerlich. Diese Sachen sollen zukünftig in Zertifikaten usw., wo kein physisches Gold dahinter ist, sondern wo du die Möglichkeit hast, physisches Gold zu erwerben. Das soll zukünftig besteuert werden. Ganz wichtig. Wenn du Fragen dazu hast, auch gerne da zu mich anrufen oder hier unten in den Kommentaren deine Meinung, deine Erfahrungen dazu. Das zweite Thema, was du unbedingt beachten solltest, ist natürlich, welche Menge, also wie groß ist die Masse, die ich für mein anzulegendes Geld geliefert bekomme. Weil du hast ja immer die Möglichkeit, es bei dir zu Hause zu liefern oder irgendwo zollfrei zu lagern. Irgendwo in dem Fall in der Schweiz. Wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, du willst es nach Hause geliefert haben. Dann nur als Beispiel. Aktuell bekommst du für 10.000 Euro ca. 13 Kilo würdest du an Silber nach Hause geliefert bekommen. Und wenn man sich das als Masse mal anschaut, ist es ungefähr so, mal so, ja, Größe eines Schuhkartons, ca. Ja, und diese 13 Kilo sind ja jetzt nicht unbedingt für jeden in jeder Wohnung oder in jedem Haus so zu verstecken, so leicht zu verstecken, dass man sagt, es ist verdiebend geschützt. Deswegen auch das in die Überlegungen mit einbeziehen. Wie viel Volumen, wie viel Masse bekommst du für dein Geld? Wenn ich das vergleiche, 10.000, 13 Kilo, wo ich mir Gedanken machen muss, wo lagere ich das Ganze? Wenn ich jetzt zu Hause lagere, wie sicher ist das Ganze? Wie sichere ich das Ganze? Oder ich lege 10.000 in Gold an. Aber hier auch an dieser Stelle nochmal, es ist immer eine Überlegung wert. Ich empfehle es jedem, egal ob du in Aktien, in ETFs, in Investments, egal wo du hin investierst, du kommst mit einem ratierlichen Sparplan langfristig, renditemäßig und sicherheitsmäßig immer besser als mit einer Einmalanlage. Weil mit einer Einmalanlage hast du immer das Problem, ich kann dir heute nicht sagen, keiner hat die Glaskugel. Ich bin persönlich der Meinung, Gold und Silber werden langfristig gesehen weiterhin steigen. Aber beide Edelmetalle, wie auch Aktien, wie auch ETFs und wie viele andere Kapitalanlagen, in die du investieren kannst, sind natürlich Marktschwankungen. Und wenn du heute eine gewisse Summe darin investierst, wo du heute der Meinung bist, du brauchst es die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht, aber in einem Jahr oder in einem halben Jahr irgendwas dazwischen kommt, mit dem du jetzt nicht gerechnet hast, sei es eine Scheidung, sei es eine Arbeitslosigkeit oder irgendwas Unvorhergesehenes und du musst doch an diese Anlage ran, hast du immer das Risiko, dass du weniger zurückbekommst, als was du eingezahlt hast. Deswegen beschäftige dich mit dem Thema, auch dazu stehe ich dir gerne zur Verfügung, lieber kontinuierlich, diszipliniert, jeden Monat 100 Euro, 50 Euro, 200 Euro, was immer du zur Verfügung hast, darin zu investieren. Dann hast du noch den Cost Average Effekt. Du kaufst halt zu schwankenden Preisen, hast dadurch mehr Sicherheit, hast dadurch langfristig mehr Gewinn, mehr Wertzuwachs. Schau dir auch dazu Videos an, auch dazu habe ich Videos gedreht und das macht auf jeden Fall Sinn. Fassen wir zusammen, ist es besser Silber anstatt Gold zu kaufen? Das ist die falsche Frage. Ich bin der Meinung, in beides zu investieren macht Sinn. Derzeit aus rein Wertzuwachs-Gesichtspunkten ist es für diejenigen, die Wertzuwachs als Nummer 1 haben, ist es sicherlich sinnvoll, ihren Silberanteil zu erhöhen, mehr in Silber zu investieren. Aber die Frage anstatt Gold, wie gesagt, sehe ich so nicht. Es kommt also immer auf deine Betrachtungsweise und auf deine Einschätzung der einzelnen Faktoren an, die wir uns angeschaut haben, wie du dein Portfolio aufteilst, wie du die Sachen gewichtest. Ob du Beispiel 50% Silber und 50% Gold, das sind für diejenigen die Empfehlungen gebe ich, die sagen, okay, die möchten absolut auf der Sicherheitsschiene fahren. Derjenige, der sagt, Rendite ist für ihn das absolute Nonplusultra, der kann 100% in Silber und gar kein Gold oder aber differenzieren 80% Silber, 20% Gold. Das ist immer eine sehr, sehr individuelle Einschätzung, die man so in 5 Minuten, in 6 Minuten nicht einfach klären kann. Auch dazu bin ich gerne für dich da. Aber nur so als Tipp, je mehr sicherheitsorientiert du bist, umso mehr in Gold und je mehr Gewinn du erzielen möchtest und ein gewisses Risiko damit eingehen möchtest, umso mehr in Silber. Das schon mal ganz grob. Wie gesagt, meiner Meinung nach kann man das Ganze nicht pauschalisieren. Ich bin kein Freund, kein Verfechter von diesen Pauschalaussagen von manch einem, der so rausposaunt, 5% Gold ist wichtig, 10% Gold ist wichtig. Das sehe ich nicht so, sondern es ist immer, egal in welche Risikoklasse, in welche Kapitalanlage ich investiere, es ist immer eine individuelle Geschichte. Es ist immer eine Frage deiner Ziele und Wünsche. Es ist immer eine Frage deiner Betrachtungsweise. Wie siehst du die Welt? Was sind deine Erwartungen? Und so weiter. Und das muss man wirklich immer individuell abklären, das Ganze. Fazit. Wichtig ist, du investierst in Silber sowohl als auch in Gold. Das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und derzeit rein Rendite-mäßig oder Wertzuwachsmäßig, ist ja keine Rendite, rein Wertzuwachsmäßig sind größere Chancen in Silber. Das ist richtig. Es ist wie fast alles im Leben eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und bedarf einer professionellen Beratung. Gern bin ich für dich da. Gern kannst du mit mir in Kontakt treten. Wenn du schon Profi bist, dann schreib einfach deinen Kommentar mit rein. Schreib deine Meinung dazu. Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Empfehlungen? Wie kaufst du ein? Kaufst du mehr Intervallmäßig ein? Kaufst du mehr Einmalanlagen ein? Schreib es einfach in den Kommentar. So können auch alle anderen davon gern mit profitieren. Vielen Dank. Gib mir gern einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal. Freue ich mich sehr drüber. Empfehle mich weiter. Schreib mich an. Auch zu Fragen und Anregungen, was dich noch mit interessiert. Bis demnächst. Dein Carsten Koblitz.